Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Wir spielen heute die fünfte und letzte Episode. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, ich war noch nie vor einem Spielfinale so aufgeregt wie für heute. Ich würde sagen, wir starten. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir eigentlich fortfahren machen. Ich weiß gar nicht, was passiert. Vorher auf Life is Strange. Whoa! Whoa! What did you find? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody. Except each other. You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh, God, Max, look. She's still there. Oh, no. Chloe. Look how. What the fuck? Life is Strange ist ein Story-basiertes Spiel, in dem all deine Entscheidungen von Bedeutung sind. Ihr Konsequenzen beeinflussen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Handle weiser. Ummm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Life is Strange, Episode 5, Polarisiert Chloé? What? Where? The dark room? Is anybody out there? Please help! Oh shit, that's me! He took that shot last night! Was guck ich mir jetzt an? Den Wagen? Oder gucken wir uns den Wagen an? Gucken wir gleich mal. Erstmal noch die Spritze. God, I don't remember anything, that happened. This must be the same drug, Nathan used on a cane. Alle Schweine. Das ist mein Fuß jetzt, der noch frei ist, ne? Genau, wir könnten uns befreien. Da hinten ist aber noch ein Handy. Natürlich. Und gerade in front of me. Was denkst denn du? Great. Ich kann all meine Dinge sehen, aber ich kann es nicht nehmen. Na gut. Äh, befreien wir uns mal. Oh, endlich bin ich frei. Almost. Die Spazarm hat schon angesehen, ne? Okay, ich denke mal, das Foto werden wir uns jetzt angucken, um zurückzureisen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Dann los. Also, A und D. Oh, ne. Kommt, Leute. Na, kommt. Na, los. Ja, los. Los, komm. Ich glaube, stellt sich keiner so dämlich an, wie ich bei diesen Sachen. Ja. 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 Oh, Max. This angle highlights your purity, see? The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. das ist hold that stair then stay still sich oh Max you fucked up my shot But please don't worry we have all the time in the world Ich weiß, dass du sehr bist, als ich dein erste ... ... Selfie gesehen habe. Ja, ich liebe das Wort. Aber ich liebe die Pürzigkeit von deinem eigenen Bild. Nicht wie Rachel, die immer in den falschen Ort schaut. Poor Rachel. Wait. Ich versuche das Angle. Ich versuche das nicht. Ich versuche das nicht. Much besser. Danke, Max. Wenn nur Nathan das gesehen hat. Er hat so viel versucht. Aber man kann nur ein paar Sprüche überlegen, ... und erwarten ein stil oder ein Thema. Aber er hat einen Augenblick für Schäden. ... und ein Augenblick für ein ganz viel mehr. Als seine Familie Elite wird herausfinden. Along mit Arcadia Bay. Nice. Oh, gut. Oh, die Augen. Oh. Ich versuche das nicht. Oh, das ist schon ein wenig. Ich versuche das nicht. Ich versuche das nicht zu sein. Das ist nicht so schwer. Ich versuche das nicht zu sein. Das ist ein wenig. Aber dieser Raum ist unter 24-7. Also nicht nur die Uhr, die ich nachfragen. ... zu einem... ... von Nathan. Chloe... Okay, now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. Oh, no. No. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter though. I've had my eye on you and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule. Always take a shot. Ah! No. 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 Oh Jesus, I can't believe that happened, so sick. Wait, Jefferson couldn't handle stains on his photos, good, now I can use them. No, that picture will not help and I can't go through all that again, I won't. Muste auch nicht, wir sind auf dem Weg hier raus, hoffentlich. Ich würde noch viel schlimmere Sachen mit ihm machen, glaube ich. Wow, ich bin definitiv mehr awake in dieser Foto, ich könnte das mal probieren. Okay, ich habe die Fialen verbrochen, als ich die Trolley gekriegt habe. Aber es hat nicht viel gebracht, hoffentlich kriegen wir jetzt ein bisschen mehr machen. Das könnte funktionieren. Bitte funktionieren. So, ich hoffe, ich klicke das jetzt ein bisschen schneller hin. Ja, komm. Ja, Mann. Ja, ja, komm. Komm, 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 komm. Ja, komm. Ja, komm. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Why is you so innocent? Why is you so innocent? I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you, your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment. Innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes. You're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux-punk sluts in my Seattle days. Found it to her, let's say I'm Chloe got to do that. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense. But that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet, Kate. Fang nicht von Kate an. Blah, blah, blah. Kate hat überlebt. Kate hat überlebt. When you told the principal that I made Kate cry, I thought you almost had me. It's good, our esteemed principal Wells is like most administrators. A closet drunk. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Alter. Der Typ. Sie haben Nathan benutzt. Er ist genauso krank wie sie. Das glaube ich gar nicht mal. Wir sind zwar in der letzten Episode ordentlich auf Nathan getriggert worden, aber ich denke nicht, dass er hat Nathan eigentlich nur ausgenutzt. Für seine Zwecke. Und er ist glaube ich daran zerbrochen, als er, als, als das mit Rachel passiert ist. Ich denke mal, da ist er gebrochen und ist deswegen damit irgendwie nicht klar gekommen. Er hat auch Nathan auf jeden Fall benutzt. Er hat auch gesagt, dass er nicht gut ist. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Why Rachel, Rachel and Chloe? Ich find die Frage, warum Rachel deutlich interessanter. Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Sie durften Fotos von ihr machen, kennen Sie Frank. Sie durften Fotos von ihr machen. Glaube ich nicht. Oder? Ich bin ngelang. Ich habe eine Ego in écrasale, die Sie verraten. Aber keine R frictionsteince. Los Angeles would have killed her anyway so look at this as a favor you're evil oh I see you and your friends almost beat Nathan to death see we're not so different yes yes we are I cared more about Nathan than you did no you didn't it's just too bad that he fell in lust with Rachel he actually thought he could mimic what I do with the camera and subject like father but not like son where is Nathan now dead and buried after what he did to Rachel I knew I couldn't keep him as a protege for much longer now the police will never find his body do you finally get it now max I can't compromise my vision with amateurs you are an amateur look at the trail of death you left behind you can't blame all this on Nathan I don't care what you do to me you're gonna die motherfucker for Chloe and Rachel and everybody else I do love your spirit Max but you brought yourself here by your own choice anyway I like my models to be seen and not heard so I have to make sure there's nothing left behind of you okay now let's see how these shots came out I can see why your instant camera is so appealing you don't need a computer to print your workout oh god sorry this is not art this is purity personified die frage ist was können wir jetzt machen doch das Tagebuch I have all those photos in my diary this could be a way out okay vorher muss ich das mal ganz kurz mal verarbeiten okay okay wait please mr. jefferson max I would love to talk shop but I really need to go over these pictures especially while they're fresh in my mind I think our session was a career high for me oh hi die klappe zeigen sie mir die fotos was haben sie vor lassen sie mich gehen mein tagebuch let me go lass mich gehen ich ich will help you let me help you please don't beg never beg I hate that anyway let's enjoy our final moment before I have end our memorable session with your death naja na dachte ich mir schon dass das nicht funktionieren wird naja naja na ja 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 wait please zeigen sie mir die fotos could you could you show me the photos that's the first time one of my models Dann wollt er nicht. Ich kann nicht mehr aufhören. Warte! Bitte, Mr. J... Was? Was werden Sie mit mir machen? Ich werde Sie in meinen Fotografien leben. Das ist alles, was von Maxine Caulfield verlassen wird. Sie werden nicht sogar Ihren Bag finden. Verzweiflung. Was für ein Tüfe Part. Was für ein Tüfe Part. Okay. Was für ein Tüfe Part. 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 Ach, ist das das Foto, was wir ganz am Anfang gemacht haben? Das war ja krass. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Ja. Ja, komm, 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 komm. Fast. So. Boah. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020